Ich suche in dem Fall die Koordinaten der Schnittpunkte von Gerade und Parabel, Koordinaten dieser beiden Punkte und muss da zuerst mal mein g von x finden, ist, Fragezeichen, mein f von x finden. Und ich mache jetzt zuerst mal das g von x und dann mache ich das f von x und dann kommen die Schnittpunkte. So gehe ich vor. So, bei dem g von x, da weiß ich, ich muss ein bisschen Platz schaffen, der Platz könnte genügen, so. Bei dem g von x ist ja immer mx plus t, ich habe da so eine Gerade, genau. Und t ist der y-Abschnitt, also das kenne ich jetzt schon, hier plus 3, da schneidet es, also g von x ist gleich. So, das m, da brauche ich ein Dreieck, ein Steigungsdreieck, das habe ich hier an der Stelle. Genau, und da habe ich hier, also hier habe ich 3 Meter und da habe ich 5 Meter und es ist immer hoch, durch quer, das heißt, ich habe jetzt hier 3 Fünftel. Und weil es bergab geht, Minus. Gut, gehe von nix da. So, nächster Punkt. Ich brauche ein, die Parabel, genau. Die Parabel bietet jetzt hier diesen Punkt, den kann ich schön ablesen, die Nullstelle, die Nullstelle. Dennoch haben viele den Scheitel genommen. Das will ich jetzt erklären. Ich erkläre jetzt, wie man es mit Scheitel macht, dann erkläre ich es, wie man es mit Nullstelle macht und dann können da alles, alles was es gibt. Das, der Scheitel ist an der Stelle jetzt nicht so geschickt, finde ich, weil wir den nicht so richtig schon ablesen können, ja. Also ich habe den 2,5, also das würde noch passen, aber dann ungefähr Minus 1,2. Und deswegen ist es nicht schön, ja. Also das ist Xs, der Scheitel, der Xs, Ys vom Scheitel. Und allgemein lautet die Formel Y ist A mal Form, ja. X minus X, so radierer, so. X minus Xs zum Quadrat plus Ys. Ja, und die Werte einsetzen. Y gleich A mal X minus 2,5 zum Quadrat plus, nein, Minus, ja, Minus 1,2. Und jetzt noch den Punkt einsetzen, um das A rauszufinden. Das erkläre ich aber weiter unten. Also wie gesagt, wenn der Scheitel da nicht so schön drauf liegt, ist es eigentlich eher so ungünstig. Die günstige Geschichte, die zeige ich jetzt hier. Die ist, gut, ich kenne jetzt diesen Punkt und die Nullstelle und die Nullstelle und viel Platz brauche ich nicht, das geht schnell. Jetzt nehme ich nicht die Scheitelform, sondern die Nullstellenform. Ich sage Y ist A mal X minus X1, erster Nullstelle, mal X minus X2, zweiter Nullstelle. Okay, ein Produkt ist Null, wenn einer der Faktoren Null ist, also dessen Null ist oder eben dessen Null ist. Gut, die erste Nullstelle ist bei 1, 0. Die zweite Nullstelle ist bei 4, 0. Immer so XY, XY und dann einfach einsetzen. Y gleich A mal X minus 1 mal X minus 4. Kenne ich nur die Nullstellen, könnte die Parabel ja aber auch so ausschauen. Also was mir noch fehlt, ist der Faktor A und da muss ich eben diesen Punkt 0, 2 einsetzen. 0, 2 wieder mit XY. So, X ist 0, das muss da rein. Also hier ist 0, 0 minus 1, 0 minus 4, weil X gleich 0 ist. Und Y ist 2, also muss ich in 2 rein und A ist das Einzige, was noch fehlt. Also 0 minus 1 ist minus 1, 0 minus 4 ist minus 4 und dann habe ich hier 4. Das heißt, 2 gleich A mal 4, A, also dividiert durch 4, A ist 1,5. Und jetzt kenne ich die Gleichung der Parabel, die lautet nämlich Y gleich 1,5 mal X minus 1 mal X minus 4. Gut, und die Gerade, die war ja oben, Y gleich minus 3,5 X plus 3. Ja, und die möchte ich schneiden. Also mich interessiert ja eigentlich, wo dieser Schnittpunkt, da, 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 hier war der Schnittpunkt, der ist schön rot, hier ist der Schnittpunkt, der andere ist irgendwo hier. Und schneiden heißt gleichsetzen. Das heißt, die beiden gleichsetzen und dann das Rechnen anfangen. Gleichsetzen. 1,5, ein bisschen größer. 1,5 X minus 1, X minus 4 gleich, minus 3, fünftel X plus 3. Die Strategie ist bei sowas, alles auf eine Seite, irgendwas mit AX Quadrat plus BX, bumm, 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 gleich 0 und dann die Mitternachtsformel. Okay, da müssen wir hinlaufen. Um da hinzukommen, erstmal rechnen. Ich denke mir jetzt hier mal so eine Klammer, mache alles in Ruhe. Also jetzt erstmal in Ruhe in der Klammer. X mal X ist X Quadrat, dann minus 1 mal X ist minus X, minus 1 mal minus 4 ist plus 4. Und was habe ich hier noch? Ein minus 4X. Minus 4X, genau. Ist gleich minus 3 Fünftel. Also 0,6X plus 3. Und jetzt alles mal ein Halb. 0,5X Quadrat. Das ist minus 5, also minus 2,5X. Und an der Stelle habe ich plus 4 plus 2, genau. Plus 2 gleich minus 0,6X plus 3. Alles auf eine Seite. Dann habe ich die 0,5, die bleiben 0,5X Quadrat plus, das gibt dann minus, also wenn die hier mit plus rüberkommen, plus 0,6X, dann habe ich an der Stelle minus 1,9X. Und wenn der 3 rüberkommt mit minus, dann habe ich an der Stelle minus 1 ist gleich 0. Und jetzt ist es die Mitternachtsformel mit AX Quadrat plus BX plus C, also X1,2 gleich minus B minus und B ist minus 1,9. Plus minus Wurzel aus, B Quadrat, B ist minus 1,9 Quadrat, minus 4 mal A, also ein Halb, 0,5, mal C ist minus 1. So, durch 2A, 2 mal 0,5. Diese zwei Minusse werden zu plus und minus mal minus ist auch plus und deswegen darf es im Taschenrechner keinen Error geben. Es muss was rauskommen. x1, x2 und rauskommen tut, schauen wir es gleich hin, x1 gleich 4,2, x2 gleich minus 0,47. Gut, und das kann man noch einsetzen in, also ich brauche noch y1, y2, das kann man noch einsetzen, am besten in g. Ja, g von x war ja minus 3,5 x plus 3. Wenn ich, bin ich jetzt zu faul, wenn ich die 4,2 da einsetze, bekomme ich mein y1. Und wenn ich die minus 0,47 da einsetze, dann bekomme ich mein y2 und es sollten ungefähr, also man kann es ja ablesen, wo habe ich denn noch so Platz hier, ja genau. Also die, man sieht schon, ob es halbwegs realistisch ist, also das hier sollte ja minus 0,47 sein, das passt gut und das hier ungefähr die 4,2, das passt auch gut, ja damit haben wir es.